Wir erleben derzeit eine Art Unfall in Zeitlupe an den Finanzmärkten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann der Unfall dann passiert. Es ist ein Unfall mit Ansage ausgelöst durch die massiv schnelle Anhebung der Zinsen, die für die Märkte und für die Wirtschaft gleichermaßen zu viel sein wird. Warum geht man jetzt zu schnell vor? Weil man eben viel zu lange seitens der Notenbanken gepennt hat, die Inflation negiert, ignoriert hat und jetzt ist man dermaßen auf dem Bremsportal, dass da etwas kaputt gehen wird, sowohl in der Wirtschaft oder an den Finanzmärkten. Wahrscheinlich zuerst an den Finanzmärkten und dann in der Wirtschaft. So ist die normale Reihenfolge. Und da wollen wir uns angesichts des Jahrestages des 1987er-Crashs, am 19. Oktober vor 35 Jahren, also 1987, da gab es diesen Crash. Und dieser Crash hatte zur Folge, dass dann im Grunde der sogenannte Greenspan-Put begann. Also der Glaube und wahrscheinlich auch das Wissen der Märkte, dass wenn es ganz dumm kommt, dann wird die Fed eingreifen und wird die Märkte retten. Das war die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, es wurden Circuit Breaker eingeführt. Also, dass dann mal der Handel ausgesetzt wird, wenn die Dinge ins Rutschen kommen. Und wir wollen uns zunächst mal ganz kurz anschauen, was hat es mit diesem Crash auf sich? Da hat ja der Dow Jones 22,6% verloren an diesem Tag. Das ist der größte prozentuale Verlust in der Börsengeschichte. Der Wall Street, auch der S&P, 20,5%. Und dennoch, wer am Vorabend des Black Monday, also dieses 19. Oktober investiert hätte, der hätte jährlich 9,99% im S&P 500 gemacht. Also, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt hätte man immer noch gute Rendite gemacht. Aber das Grundproblem ist, damals war die Welt noch ziemlich in Ordnung. Da gab es zwar diesen Crash, aber fundamental war die Lage viel, viel besser als sie heute ist. Damals hatten die Notenbanken noch Spielraum. Damals war die Verschuldung noch nicht so hoch, wenngleich sie da eben zu steigen begann. Und dementsprechend ist die Lage gefährlicher heute als damals. Denn, wie gesagt, da konnte eigentlich ein Machtwort von Alan Greenspan, der Wall Street Banker angerufen hat. Und dann hat sich das Ganze auch relativ schnell wieder beruhigt. Und dann haben wir einen jahrelangen Bullenmarkt gesehen, über die 90er Jahre, oder mit kurzen Unterbrechungen in den 90er Jahren, bis hin dann zum Dotcom-Crash. Aber, was ist eigentlich die Ursache für das gewesen, was dann 1987 passiert war? Die Derivate waren eine Ursache, auch Regulierung war eine Ursache. Im Grunde war durch diese Regulierung, waren bestimmte Player am Markt gezwungen, ab bestimmten Verlustgrenzen dann zu verkaufen. Und so ergab sich eine Kaskade, zumal es damals schon das Computertrading gab. Dann Illiquidity. Illiquidität, das wird dir gleich noch ein wichtiger Punkt. Wie kam diese Illiquidität an den Aktienmärkten? Nun, weil vieles in die Anleihemärkte geflossen war. Warum war viel Geld in die Anleihemärkte geflossen? Weil die Renditen gestiegen waren. Dadurch waren Anleihen eben eine Alternative zu Aktien, weil es mehr Renditen wiederum gab. Warum waren die Renditen gestiegen? Nun, weil letztendlich hier auch Inflationssorgen wieder aufgekommen waren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte der Finanzminister Baker damals gesagt, nachdem die Handelsbilanzdaten aus den USA wieder nicht so richtig gut aussahen, hat er gesagt, wir müssen vielleicht etwas den Dollar abwerten. Und daraufhin haben viele Ausländer ihr Kapital abgezogen. Eben in Verlust oder in Furcht vor dieser Dollarabwertung, die da praktisch durch den Finanzminister angekündigt war. Es gab ja 1985 den Plaza-Akkord und und und. Alles sehr zusammenhängend und komplex. Aber natürlich war damals auch eine Overvaluation. Der Dow Jones hatte sich in wenigen Jahren verdreifacht. Wir hatten also eine komplexe Gemengelage, die dann plötzlich an einem Tag so explodierte. Wenn wir uns hier mal die Zinsstruktur anschauen, praktisch der Leitzins der amerikanischen Notenbank, dann sehen wir, wir sind ja dann in den 70er Jahren bei über 20% Leitzins gewesen, sind dann deutlich runtergekommen. In dieser Phase des Runterkommens der Zinsen begann diese Rallye, die dann allerdings abgelöst wurde durch eine Phase wieder Steigen der Zinsen. Deswegen waren auch steigende Zinsen ein Grund dafür, dass es dann eng wurde. Weil die Zinsen stiegen, stiegen die Anleiherenditen. Das war letztendlich dann der Grund, warum stiegen die Zinsen. Weil die Inflation wieder nach oben ging. Also das sind alles Themen, die wir ja heute irgendwie noch haben. Und jetzt sehen wir hier ganz rechts, dass der Zins wieder steigt. Und dass wir jetzt auf einem höheren Niveau sind, als wir es im Grunde seit der Finanzkrise gewesen sind. Und das wird noch wichtig, das wird noch bedeutsam. Liquidität, das ist jetzt auch ein Thema. Wir haben nämlich in Sachen Liquidität ein echtes Problem. Die war nur beim Corona-Crash April 2020 schlechter. Und damals eben Oktober 2008 Finanzkrise schlechter. Also da ist schon mal eine gewisse Fragilität, eine gewisse Empfindlichkeit da, wenn die Liquidität so schlecht ist. Und jetzt sehen wir, dass die 10-jährige Anleiherendite in den USA über 4,1% gestiegen ist. Das ist Dollar-Yen bei der Marke von 150. Wir sehen also massive Verwerfungen an den Anleihenmärkten. Massive Anstiege der Renditen in Reaktion auf die Politik der Notenbanken einerseits. Dann am Währungsmarkt Turbulenzen. Die Japaner, die Bank of Japan will da nicht mitmachen. Dementsprechend wird der Yen abverkauft. Dass es knallt. Hier sehen wir mal Dollar-Yen knapp bei 150. Unglaubliche Bewegung nach oben. Die Bank of Japan hat ja mal verbal interveniert. Es hat nicht wirklich langfristig geholfen, diese Verbal-Interventionen. Die verpuffen schnell. Man muss etwas tun. Hier wartet der nächste große Unfall schon. Auch der japanische Markt könnte hier praktisch für diesen Unfall sorgen. Oder der erste Dominostein, der dann diesen Unfall praktisch ins Laufen bringt. Der Chart übrigens. Ja, der ist von Capital.com. Falls Sie jetzt die Frage stellen, von wem staubt denn dieser wunderbare Chart? Und ich weiß, dass in den Kommentaren immer wieder die Frage gestellt wird, ja, von wem ist dieser Chart? Ja, aber deswegen will ich es ja mal auch beantworten. So, jetzt gucken wir uns mal die Lage an, die sich jetzt ergibt. Die Bank of England musste ja zur Rettung von Pensionskassen eingreifen. An den Anleihenmärkten musste praktisch wieder QI betreiben, Anleihen kaufen. Jetzt kommt die Rechnung. Das Finanzministerium in Großbritannien muss jetzt mal eben 11 Milliarden Pfund an die Bank of England überweisen, weil die eben durch diese Aktionen Verluste gemacht hat. Und jetzt sehen wir auch bei der Fed, dass da massive Verluste anfallen. Denn das, was die Fed durch ihre Anleihen, die sie im Portfolio hat, an Zinseinnahmen generiert, ist viel weniger als das, was sie an Zinsen bezahlen muss. Etwa den Banken, wenn die Geld bei ihr parken, also entstehen hier Verluste. Das heißt, durch diesen Zinsanstieg entstehen jetzt Verluste der Notenbanken, die die öffentliche Hand dann refinanzieren muss. Das wird nicht anders gehen. Und je stärker die Zinsen steigen, umso stärker werden die Verluste werden. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was aktuell passiert, dann sehen wir hier mal den Ölpreis, der ja praktisch eine Art Konjunkturbarometer auch ist. Und hier die sogenannte Rate of Change. Und immer wenn die unter Null fällt, dann, oder nicht immer, aber sehr, sehr oft, dann ereignen sich bald gewisse Unfälle. Der 1987er Crash ist kurz nach diesem Fallen bei der Rate of Change unter die Nuller Marke gekommen. Dann der 1990er Crash, also 87er Crash. Da werden wir wieder am Thema 90er Rückgang zumindest. Oder da ging es ja auch, hat es ziemlich gescheppert. Dann Dotcom-Blase, dann Finanzkrise. Dann allerdings auch hier zwischen 2014 und 2019 gab es mehrfach ein solches Unterschreiten, ohne dass irgendwas passiert wäre. Aber damals war eben der Fed-Put noch voll aktiv. Also der Greenspan-Put und der Put seiner Nachfolger. Also eine Art Lebensversicherung, die implizit gegeben wird von den Notenbanken an die Aktienmärkte. Jetzt schauen wir uns hier mal an. Wir haben schon einiges verloren bei der durchschnittlichen Aktie in den USA. Hier sehen wir die Average US Stock Value Line Geometric Index, wo praktisch alle Aktien gleich gewichtet sind. Also nicht eine Apple total dominant ist, weil sie eben so stark markkapitalisiert ist. Da haben wir jetzt durchschnittlich 29% verloren. Und da sehen wir ein Broadening Top. The Smart Money, also das ganz große Geld ist wohl schon raus. Jetzt bluten wahrscheinlich vorwiegend die Privatinvestoren. Nicht nur, aber wahrscheinlich vorwiegend. Da sehen wir also, da ist die Gefahr im Verzug. Nach wie vor, vor allem angesichts der Liquidität. Und hier sehen wir mal die Zinskurve zwischen der 3-Jährigen und der 10-Jährigen US-Staatsanleihe. Darauf achtet die Fed auch besonders. Und wir sehen, wir sind jetzt kurz davor zu invertieren. Das wäre das erste Mal seit dem Corona-Crash, kurz vor dem Corona-Crash. Und dann eben als praktisch das sicherste Zeichen für eine Rezession. Inversion der 2- und 10-Jährigen gilt als Zeichen. Aber noch mehr Plausibilität, noch mehr Beweiskraft, noch mehr historische Evidenz hat eben eine Invertierung der Zinskurve zwischen der 3-Jährigen und der 10-Jährigen US-Staatsanleihe. Also da kommt etwas. Und wir sehen hier diesen Unfall in Zeitlupe bei den Renditen. Wir gehen absolut vertikal nach oben. Wir sind jetzt auf dem höchsten Level, was die zweijährige Anleiherendite in den USA betrifft, seit dem Jahr 2007. Mit einer negativen Divergenz, die sich gewaschen hat. Wir werden wahrscheinlich massive Rückgänge der Renditen sehen. Die Frage ist nur, wann. Die 10-Jährige ist jetzt 12 Wochen, die 10-Jährige Anleiherendite ist 12 Wochen in Folge gestiegen. Da sind wir jetzt auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2008. Wann wird die FED umsteuern? Terminal Rate ist jetzt bei 4,955%. Also man geht davon aus, dass die FED die Zinsen fast bis 5% anheben wird. Die Frage ist, wann steuert man um? Da sagen jetzt die meisten Befragten von der Bank of America im ersten Quartal 2023. Also nicht mehr allzu lange hin. Man denkt also, dass da etwas passieren wird. Und es wird passieren wegen des Unfalls an den Finanzmärkten. Nicht wegen der Inflation. Auch wenn die Inflation, wenn man jetzt mal genau hinschaut, schon eine absolut nachlassende Dynamik hat. Das Problem der FED ist, dass die Daten lagging Indicators wie Arbeitsmarkt heranzieht, wie eben die CPI, die Consumer Price Index heranzieht. Aber aktuellere Daten oder sogar Leading Indicators, also frühe Indikatoren überhaupt nicht beachtet. Hier sehen wir mal etwa die Preise für Gebrauchtwagen in den USA. Mit dem größten Rückgang von Jahr zu Jahr, ever before, minus 10,4% in der Finanzkrise, war der maximale Rückgang 9,1% gewesen. Und wie gesagt, das ist eben jetzt so, dass die FED sich nur noch an solchen alten Daten orientiert, weil sie sich eben festgebissen hat an dem Thema. Weil sie um ihre Glaubwürdigkeit fürchtet. Weil sie eben gepennt hat bei der Inflation wie andere Notenbanken auch. Den Stress sehen wir schon am Immobilienmarkt in den USA. Gestern ja der NHB Hausmarktindex, die Stimmung praktisch komplett abgestürzt. Heute hatten wir ganz schwache Baubeginne gesehen, Baugenehmigungen etwas besser. Aber wir sehen auch die Mortgage Applications, also Hypothekenanträge, gehen immer stärker zurück. Jetzt so wenig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Da kommt ein Crash am US-Immobilienmarkt, der sich gewaschen hat. Und das passiert im Grunde jetzt schon in Schweden. Da müssen Immobilienfirmen jetzt dringend Milliarden aufnehmen, sonst sind sie platt. Warum? Weil viele Häuslebauer, die da auf Pump gekauft haben. Und in Schweden musste man ja teilweise jahrelang überhaupt nicht tilgen. Es reichte, wenn man die Zinsen bezahlt hat. Jetzt sind aber viele dieser Verträge variabel verzinst. Das heißt, steigen die Zinsen, dann steigt auch die Belastung für die Immobilienkäufer. Und da droht jetzt ein richtig schwerer Umfall. Da hört man relativ wenig davon. Wir berichten darüber bei Finanzmarktwelt.de. Werde ich Ihnen unten auch mal als Artikelempfehlung mit reinpacken. Heute ja die Tesla-Zahlen heute Abend. Da erwartet man einen Gewinnsprung. Eigentlich die Range sehen Sie hier. Man erwartet, dass die Aktie zwischen 202 auf der Unterseite und 220 und 20 Dollar auf der Oberseite agieren wird. Also sehr, sehr große Bandbreite. Und erstaunlich ist, dass der Tesla stimmt und heimlich gestern mal auf seiner Internetseite gesagt hat, wir senken jetzt mal die Erwartungen, die EPS, also Earnings per Share, Gewinn pro Aktie Erwartung, mal eben um 8,3% hat keiner gemerkt. Eigentlich fast keiner. Wir werden heute dann die Zahlen bringen. Offiziell 22,30 kommen die Zahlen. Kann aber auch später werden bei Tesla weiß man nie so genau. Hier nochmal ein paar geopolitische Dinge. Hier Chinas Militär jetzt offenkundig on high alert in Sachen Krieg. Taiwan, USA. Also da scheint man ein bisschen seitens der Top-Militärs in China hier, naja, die Alarmglocken zu läuten. Zumal jetzt die Amerikaner wohl gemeinsam Waffen herstellen wollen mit den Taiwanesen. Also das spitzt sich immer mehr zu. Auch das im Grunde ein Unfall in Zeitlupe und ein Unfall mit Ansage. Auch das, was in der Ukraine passiert, vor allem in diesen vier annektierten Distrikten der Ukraine. Da hat jetzt Putin ja bekanntlich das Kriegsrecht ausgerufen. Das Weiße Haus wiederum versucht jetzt zu vermeiden, dass bei dem G20-Treffen Putin mit Biden dann zusammentrifft. Man will seitens der Berater von Joe Biden offenkundig dieses Zusammentreffen nicht haben. Warum auch immer nicht. Jedenfalls hat Putin einen neuen Kumpel. Das ist der Ratschip, der Erdogan. Der wird jetzt offenkundig einen Gashub machen für Europa. Also nicht mehr Nord Stream. Da versucht man jetzt eine Alternative zu machen. Und versucht praktisch das Ganze über die Türkei abzuwickeln. Interessant. Jetzt müssen wir auch sehen, dass die Türkei versucht jetzt auch Gold zu kaufen. Aber jedenfalls die türkischen Exporte nach Russland auf neuem Allzeitwuchs sind. Also die Herrschaften verstehen sich offenkundig gut. Und wenn wir jetzt mal das Verhältnis Deutschland-Amerika uns anschauen. Da hat Habeck heute gewarnt vor dem Inflation Reduction Act, den die Amerikaner in die Welt gesetzt haben. Das ist in diesem Jahr erst beschlossen worden. Man will heimische Energieträger fördern. Versucht die Kosten für die Amerikaner runterzubringen. Alleine das CBO, also praktisch das Congressional Budget Office, das überparteilich ist, sagt, das wird keinen Effekt haben. Habeck scheint aber daran zu glauben, weil er gesagt hat, das ist ungerecht, was da passiert. Amerikanische Kommentatoren, die durchschauen, dass das natürlich die Inflation nicht runterbringt, sagen, glaubt er wirklich, dass dieser Inflation Reduction Act ihre Inflation nach unten bringt. Aber der Robert ist ja kompetent in jeder Hinsicht. Jetzt sitzt er mit der anderen Heland am Lagerfeuer und sagt Atomkraft, nein, danke. Und dann sagt die gute Frau Baerbock, du Robert, die Idee mit der Energiewende war wirklich cool. Die hatte ja die Frau Merkel. Aber die Grünen sind ganz große Anhänger. Zurück zu den Anfängen. Hurra. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Zwei Artikelempehlungen noch am Schluss. Energieversorger schlagen Alarm. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Man sagt, man wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, zuverlässig Industrie und andere zu versorgen, wenn es so weitergeht. Hauptsache, wir schalten die Atomkraftwerke 223 ab. Aber wir haben es ja, wir müssen ja gar nicht wohin mit der vielen Energie, die wir haben. Ja, das ist, ne, vielleicht der Ratschieb, dass er uns da was liefert, gell, wenn wir nicht zu ihm sind, ne. Dann müssen wir aber schon sehr nett zum Ratschieb Erdogan sein, gell, aber das sind wir dann, gell, der Robert, der ist ja sogar nach Katar und war auch sehr nett zu den Kataris, gell, hat er sich schön verbeugt, der Robert, gell. Wenn er muss, dann kann er ja, der Robert, ne, er muss halt nicht immer, ne. Und hier also erste Artikelempehlungen, das zeigt, wie krass die Lage der Energieversorger ist. Die haben einen Brandbrief geschrieben, der Bund wiederum, also die Bundesregierung, erwägt jetzt praktisch 90% der sogenannten Übergewinne, was auch immer das ist, abzuschöpfen. Und da sind wir konkret auf dem Weg zum Sozialismus. Es gibt gute Gewinne, es gibt böse Gewinne, die allermeisten Gewinne sind böse. Damit will man die Strompreisbremse für die Konsumenten praktisch finanzieren. Das ist schon Sozialismus in Reinkultur. Ich bin ja durchaus dafür, dass man den Leuten hilft, aber die Konsequenzen werden eben harsch sein. Und dann noch ein Artikel, meine Damen und Herren, den ich Ihnen dringend empfehle. Anleihen, sind Sie eine gute Alternative zu Aktien? Ich hatte öfter schon über Anleihen gesprochen. Hier erfahren Sie wirklich Wichtiges über Anleihen, wie Sie die finden, welche Anleihen, wie der Markt da verteilt ist, hervorragende Artikel. Also drei Artikelempehlungen in Schweden einerseits, dann Energieversorger. Und jetzt eben die Anleihen, gute Alternative zu Aktien? Und die 2230, dann Tesla bei Finanzmarktwelt, da werden Sie informiert. Ich sage Servus und Ciao.